Du bist einer meiner liebsten Menschen auf der Welt. Wen Sophia Tomala mit dieser emotionalen Liebeserklärung meint? So viel sei verraten, hier schwärmt die Moderatorin nicht von ihrem Fußballerfreund Loris Karius. Doch wen sonst nimmt sie hier so innig in den Arm? Kuscheln an seine Brust, verträumter Blick, Harmonie pur. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnte man bei dieser Schmuseeinheit glatt auf falsche Gedanken kommen. Aber nein, alle Tomala-Fans wissen natürlich, wem dieser intensive Körperkontakt zuteil wird. Niemand Geringeres als Silvio Heinevetter, Lebensgefährte von Mama Simone, ist der Glückliche. Der feiert jetzt nämlich seinen 36. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag teilt Sophia diesen berührenden Schnappschuss der beiden und versieht ihn mit einer ganz besonderen Botschaft. Alles Gute, Vati Heine. Du bist einer meiner liebsten Menschen auf der ganzen Welt. Gefolgt von Herzchen-Symbolen. Im Hause Tomala hängt der Haussegen eben äußerst gerade.